WELCHE KINDER ZUHELF DIN WIR ZUERST OFT MACHEN? Na, die zum Löffeln natürlich. Milchcreme, Haselnusscreme, Knusperkugeln. Mh, Löffeln? Na, Logo. Aber bei uns wird zuerst das Spielzeuggeheimnis gelüftet. Da ist eine monstermäßige Überraschung zum Spielen drin. Darum sind wir bei den Spielern. Mh, lecker. Deswegen sind wir bei den Löfflern. Noch Fragen?